Servus Monster Hunter Freunde, heute schauen wir uns die Arena Münzen an, welche es gibt und wo man sie herbekommt, bei welcher Quest. Man braucht sie ja teilweise um eine Waffe herzustellen oder ein Rüstungsteil und ich zeige euch ganz genau, wo ihr die einzelnen Münzen bei welcher Quest bekommt. Hier seht ihr jetzt das göttliche Haumesser, ist eins der besten Langschwerte und um das herzustellen braucht man eben diese Arena Münzen, Jägers Münze, Kampf Münze, Fliege Münze, das sind nur ein paar. Ich zeige euch natürlich alle und wo man die jetzt herbekommt und zwar müssen wir in die Versammlungshalle ganz nach oben und da gibt es nämlich einen Arena Quest Schalter und zu dem müssen wir nämlich hin. Wenn ihr oben angekommen seid, lauft einfach geradeaus auf den Arena Schalter zu, das ist auch hier beschriftet, diesen Arena Schalter gibt es auch nur hier oben, sonst nirgends und hier sind ein paar Quests drin. Und wenn ihr die abschließt, bekommt ihr nämlich diese besonderen Arena Münzen raus, um halt ja Schwerter oder Rüstungen herzustellen. Es kann natürlich sein, dass bei euch noch nicht alle Quests verfügbar sind, dann müsst ihr glaube ich soweit ein bisschen Hauptstory spielen, dass die hier freigeschalten werden. Normalerweise muss man immer die letzten Quests abschließen, also 6, 7, 8 und 9 und dann hat man normalerweise alle Münzen, um halt sich die Waffe oder das Rüstungsteil herzustellen. Ich werde euch jetzt gleich noch sagen, bei welcher Quest man genau welche Münze rausbekommt, dass ihr genau wisst, welche Quest ihr annehmen müsst. Was man auch bei der Arena wissen sollte, man kriegt da ein Setup vorgesetzt von Capcom, es ist nicht sein eigenes Setup, meistens ist es auch irgendein Schrott-Setup und ihr seht auch unten schon, welche Waffen ihr zur Verfügung habt. Es wäre einmal ein Langschwert, ihr habt Schwertschild, ihr habt Lanzek, Lefe und ich glaube ein Bogengewehr ist es noch. Und mit einer von diesen 5 Waffen müsst ihr eben diese Arena Quest abschließen. Und wie gesagt, teilweise sind das hier schon sehr schlechte Bilds, wo, ja man hat da auch nur grüne Schärfe und so, ist schon ein bisschen bitter, ist schon ein bisschen schwerer. Man sollte wirklich gucken, dass man das immer mit einem Kollegen zusammen macht, weil da ist man einfach schneller durch, es ist einfach einfacher. Man hat hier auch seine Katze nicht dabei, man ist wirklich komplett alleine in der Arena und wenn man das alleine macht, hat man dauerhaft die Akro und kriegt meistens nicht so eine gute Zeit hin, weil man die ganze Zeit am heilen ist oder am rumdotschen, dass man halt keine fängt. Und deswegen sollte man gucken, spielt die Arena immer zu zweit, macht es um einiges einfacher. Man sollte sie auch immer zu zweit spielen, weil man halt wie gesagt zu zweit besser ist oder schneller, denn unten gibt es Ränge. Es gibt den A-Rang, den B- und den C-Rang und desto höher ihr seid oder desto schneller ihr seid, umso mehr Loot bekommt ihr einfach und umso weniger Quests müsst ihr machen. Ja, das ist einfach so, bei Gold-Loot, Silber schafft man normalerweise immer, Gold wäre noch besser, weil man halt wirklich mehr Loot bekommt und es geht halt viel, viel schneller. Wenn man alleine spielt, schafft man, wenn es gut läuft, B, ja, vielleicht, wenn es schlecht läuft, dann C und bei C bekommt man so wenig Loot und vielleicht teilweise auch gar keine Münzen, sondern nur Mist. Und das war nämlich bei mir so und wenn ich mit einem Kollegen gespielt habe, ging das richtig flott durch und ich hatte sehr schnell meine Münzen zusammen. Schauen wir uns jetzt an, bei welcher Quest ihr welche Münze rausholen könnt. Bei der Dodogama-Quest Nummer 6, da bekommt ihr natürlich die Gamma-Münze raus und auch die Jäger-Königsmünze. Die zwei könnt ihr da abstauben. Dann beim Rathalos-Quest Nummer 7 gibt es die Rathalos-Münze, die braucht man auch ab und an. Und bei den letzten zwei Quests, die ein bisschen abfackermäßig sind, da bekommen wir raus bei der achten Quest einmal die Kampf-Münze und die Jäger-Ass-Münze. Und bei der letzten Quest mit den zwei Diablos bekommen wir raus die Jäger-Ass-Münze und die Flug-Münze. Wenn ihr eure erste Quest dann abgeschossen habt, sieht das Ganze so aus. Bei mir waren es jetzt hier die zwei Diablos. Ihr bekommt eine wenige Loot und hier kriegt ihr dann eben diese Arena-Münzen raus. Wir haben hier die B-Stufe geschafft. Vom Rang her ist nicht ganz so schnell gewesen. Ich habe jetzt hier zwei Flug-Münzen rausgeholt. Ihr bekommt so nochmal ein paar andere Materialien. Auch hin und wieder einen Gutschein fürs Essen. Und hier gibt es natürlich auch die Jäger-Ass-Münze. Habe ich jetzt leider hier bei dem Run nicht rausgeholt. Ist halt einfach glücksabhängig. Ihr müsst sicherlich zwei- bis dreimal jede Quest abschließen, um halt genug Münzen rauszuholen. Am besten spielt mit einem Kollege, dann schafft ihr meistens den A-Rang und könnt halt das Ganze nochmal etwas beschleunigen. Ich würde mich über einen Daumen freuen, dann weiß ich, ob das Video gefallen hat. Wer mehr sehen will, abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.